7 digitale Produkte, die Sie mit Key erstellen können In diesem Artikel werden 7 Ideen für digitale Produkte vorgestellt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, Key, erstellt werden können. Diese Produkte haben das Potenzial, monatliche Einnahmen von über 34.901 Euro zu generieren. Idee 1 – Mustererzeugung mit Key Die erste Idee beinhaltet die Generierung von Mustern mithilfe einer Key namens Mitjournee. Mit dieser Technologie können nahtlose Designs für digitale Downloads erstellt werden. Diese Muster können vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise für druckbare Papiere. Durch die Nutzung von Key können diese Muster schnell und einfach generiert werden, wodurch der Prozess effizienter wird. Idee 2 – Verkauf von Hochzeitsressourcen auf Etsy Die zweite Idee zielt darauf ab, Hochzeitsressourcen auf Plattformen wie Etsy zu verkaufen. Die Kombination von Mitjournee und Canva ermöglicht eine Automatisierung des Prozesses. Durch die Generierung minimalistischer Hochzeitseinladungsvorlagen mit Key können Produkte erstellt werden, die auf dem Markt gefragt sind. Idee 3 – Generierung von Leitfelden Die dritte Idee bezieht sich auf die Generierung von Leitfäden für verschiedene Branchen, wie Immobilien, Erden, Fotografie und Kochbücher. Die Verwendung von ChatGPT erleichtert die Erstellung von informativem Text, der als Anleitung für potenzielle Kunden dient. Die Key übernimmt einen Großteil der Informationsgenerierung, während der Anwender den Text in ein ansprechendes Design umsetzt. Idee 4 – Eröffnung eines Logo-Design-Shops Die vierte Idee konzentriert sich auf die Eröffnung eines Logo-Design-Shops. Plattformen wie Etsy bieten die Möglichkeit, Logo-Pakete zu verkaufen. Mit Key, insbesondere mit Journee, können Logos für verschiedene Branchen erstellt werden. Trotzdem müssen einige manuelle Schritte unternommen werden, wie das Entfernen von unnötigem Text mit Photoshop. Idee 5 – Business Card Design Die fünfte Idee schlägt vor, dem Logo-Shop das Design von Visitenkarten hinzuzufügen. Dies ermöglicht zusätzliche Einnahmen, da viele Kunden bereit sind, für ein passendes Visitenkarten-Design zu zahlen. Wiederum kommt mit Journee für das Logo-Design zum Einsatz, während Canva für die Anpassung der Visitenkarten verwendet wird. Idee 6 – Erstellung von Lebenslaufvorlagen Die sechste Idee beinhaltet die Erstellung von Lebenslaufvorlagen. Mithilfe von ChatGPT können informative Abschnitte für den Lebenslauf generiert werden, wodurch der Prozess erleichtert wird. Die Herausforderung besteht darin, die von der Key erstellten Texte in ein ansprechendes Design umzuwandeln. Idee 7 – Verkauf von Produkt-Mog-Oops Die letzte Idee konzentriert sich auf den Verkauf von Produkt-Mog-Oops. Mit Mitjournee können Bilder generiert werden, die auf verschiedene Produkte angewendet werden können. Durch die Bearbeitung mit kostenlosen Tools wie Photopit können die Mog-Oops verbessert und für den Verkauf vorbereitet werden. Insgesamt bieten diese sieben Ideen verschiedene Möglichkeiten, digitale Produkte mit Key zu erstellen und damit potenziell hohe Einnahmen zu erzielen. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr Teil dieser Reise seid. Mit herzlichen Grüßen, Rangzilla